Hallo zusammen zu einem neuen Video und haltet euch fest! Der neue Pub ist da, Public Update Preview, es ist quasi eine Beta-Test-Version für einen neuen Patch und es gibt so viele krasse Änderungen, fast jedes Volk hat eine neue Einheit, es wurden super viele Dinge verändert, es ist der Wahnsinn und wir gucken uns das jetzt zusammen an, Leute, setzt euch hin, schnallt euch an und wir gucken uns die neuen Patch Notes an, let's go! Okay, das sind die Patch Notes, ich verlinke euch das auch unter dem Video, wenn ihr nochmal in Ruhe drauf gucken wollt, es ist sehr umfangreich, deswegen seid mir nicht böse, wenn ich ein paar Sachen, die ich vermeintlich für gerade nicht so wichtig halte, überspringen werde, ähm, aber wir gucken uns die, die Banger-Sachen natürlich in Ruhe an, äh, will nur sagen, wenn ihr es in Ruhe nachlest, checkt einfach den Link aus. Let's go, Leute! Wir fangen erstmal, ne, wir wollen nicht direkt einen Herzinfarkt bekommen, deswegen fangen wir mal langsam an. Empire Wars ist ein neuer Game-Mode, viele von euch werden das wahrscheinlich schon kennen, und zwar, ähm, aus Age of Empires 2, ich weiß gar nicht, ob man anderen teilen, dass das auch gibt, auf jeden Fall, Empire Wars ist ein Game-Mode, in dem man schon mit einigen Gebäuden startet. Man hat mehr Worker, man hat teilweise schon Felder, die Worker arbeiten quasi schon, man hat schon fertige Gebäude stehen, ähm, es ist einfach, man überspringt das Early-Game. Und das ist ein neuer, ähm, Spielmodus, den man auswählen kann, äh, finde ich eine sehr coole Sache. In Aoi 2 hat sich das auch im E-Sport, äh, durchgesetzt, ähm, ich bin sehr gespannt da drauf, und denke, das ist ne coole, ähm, ja, interessante Neuheit für Age of Empires 4. Wir haben neue Maps, äh, wie immer, Golden Heights, äh, ist tatsächlich ne Map, die wir schon aus Turnieren erkennen, die gibt's jetzt auch, ähm, offiziell quasi im Map-Pool, äh, sehr interessant, find ich ne ganz coole Sache. Dann haben wir noch neue Maps, äh, Migration und Volcanic Island. Ich hab nen ganz kurzen Blick auf die Map gesehen, sieht sehr interessant und sehr cool aus, ähm, ähm, und, das ist ne gute Sache, denk ich. Also, neue Maps, äh, ganz anders als die bisherigen, schauen wir uns aber an anderer Stelle nochmal in Ruhe an. Wie gesagt, ich versuch hier gerade durch die Dinge erstmal schnell durchzugehen, damit wir uns die Balance-Changes und die neuen Einheiten angucken können, weil, uh, okay. Okay, äh, Ranked Map-Pool, äh, trockenes Arabien, Prairie, Lepenise-Pit, Marshland, ich bin mir gar nicht sicher, welchen Map das ist, Danubi River, Mongolian Heights, Forest Ponds und Continental. Muss ich mir in Ruhe angucken, bin jetzt erstmal nicht so begeistert von dem Map-Pool, aber ey, ich will nicht zu früh urteilen, also, auch das, da kümmern wir uns an anderer Stelle nochmal in Ruhe drum. So, krass ist auf jeden Fall, Team-Voice-Chat gibt es jetzt in Team-Games, das heißt, wenn man mit einem random, äh, zusammen Team-Game geht, kann man mit dem in den Voice-Chat gehen, wenn man möchte. Krasse Sache, ich hoffe, es gibt nicht zu viel Flamerei und so, ähm, man kann's natürlich auch ausstellen, aber, ey, dass man das anbietet, ist doch nice. So, dann, äh, gibt's hier jede Menge Fixes, Crashes und Stability, sehr gut, dass da was getan wird, will ich aber jetzt auch mal ein bisschen überspringen, Mods, dddddddn. Äh, Performance-Upgrades immer gut, äh, significantly improved Terran Rendering, äh, gute Sachen, müssen wir uns aber auch ingame einfach angucken, äh, wie das aussieht. Äh, keine Sorge, da werden demnächst auch neue Videos zukommen, außerdem könnt ihr natürlich gerne jederzeit bei mir auf dem Twitch-Kanal vorbeischauen, da bin ich nämlich täglich live und da werden wir uns natürlich, ähm, das Ganze auch in echt anschauen. So, äh, General Changes and Bug Fixes, ja, auch sehr allgemein gehalten, ähm, was hier auffällt, ist auf jeden Fall Sacred Sites, äh, bisher haben die ja immer diesen fetten Namen da drüber stehen, dass man dahinter eigentlich gar nichts sehen kann, das wurde geändert, ist jetzt nur noch ein ganz kleines Symbol, äh, macht auf jeden Fall Sinn, ähm, ansonsten sind das alles keine weltbewegenden Sachen, ich sag's jetzt noch einmal, wenn ihr euch das in Ruhe anschauen wollt, guckt gerne nach, aber ich möchte nicht, dass das Video hier drei Stunden lang geht, deswegen überspringe ich diese Sachen gerne. Hotkeys, äh, gibt's ein paar Anpassungen, äh, Anpassungen, ähm, Maps, wurde ein bisschen aufgehübscht, es gibt, äh, ein bisschen mehr Varianten von verschiedenen Bäumen in verschiedenen Biomen, ähm, gibt gewisse Fixes und Änderungen an den Maps, da wollen wir uns jetzt aber auch nicht zu lange aufhalten. Es gibt ein paar Menüänderungen, das werden wir uns auch nochmal in echt anschauen, wie das so auffällt, aber da sind ein paar Sachen bei, die ganz nett aussehen, ähm, zum Beispiel, dass man, ähm, das ist einfach alles einfacher und übersichtlicher gestaltet wurde, das Menü, ähm, denke ich, da kann man nicht meckern, das ist immer cool. So, jetzt, Leute, jetzt geht's aber los hier. Major Design and Balance Changes, Trade. Trade, ganz, ganz großes Thema, äh, liegt mir auch sehr am Herzen, weil ich finde, Trade, wie es momentan ist, grauenhaft. Okay, Trade wurde geändert. Ich versuche das hier mal on the fly, äh, schnell nach Deutsch zu übersetzen. Und zwar, äh, der Handel war immer eine gute Goldquelle im Late Game. Äh, auf jeden Fall gab es aber auch Völker, die das schon wesentlich früher sehr effektiv einsetzen konnten und das ist absolut richtig, das ist das, was wir zuletzt erlebt haben, das halt teilweise schon im Feudal Age getradet wurde und es mega stark war. Ähm, okay, ich fasse das Ganze jetzt mal eben zusammen. Und zwar, was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass der Trade Trick weg ist. Der Trade Trick war, dass man quasi einen Weg sich sparen konnte vom Händler. Ja, okay, wie hat der Trade bisher funktioniert? Man baut einen Markt, der Händler läuft von seinem Markt los, läuft zu dem neutralen Markt, sammelt das Gold ein und trägt das wieder nach Hause, gibt es wieder zu Hause beim Markt ab und in dem Moment bekommt man sein Gold. So hat es bisher funktioniert. Man konnte da tricksen, indem man seine Märkte direkt an den neutralen Markt gebaut hat und indem man quasi eine Reihenfolge festgelegt hat, haben die Händler, die sind eher auf den ersten Weg verzichtet und haben direkt quasi an dem neutralen Markt das Gold eingesteckt, sind drüber gelaufen, haben das abgegeben. Das heißt, man hat einen Laufweg gespart sozusagen. Jetzt wurde Trade aber geändert und zwar in dem Sinne, dass es immer nur ein Weg ist. Das heißt, die Händler, die laufen nicht erst hin, sammeln das ein und laufen wieder zurück, sondern die laufen los, sind am Trademarkt und erzeugen da das Gold. Bums. Und das bedeutet, es ist im Prinzip, hier steht weniger Gold natürlich als vorher, weil man natürlich nur noch einen Weg läuft. Es steht jetzt nicht, ob es genau die Hälfte ist zum Beispiel, aber ich gehe davon aus, dass es an sich vom Trade-Value nichts ändert. Aber durch diese Änderung hat man halt den Trade-Trick rausgenommen, was für immer eine sehr gute Sache ist, weil das war einfach zu stark. Das ist ein Anfang. Was ist der Nachteil? Erstens, es ist natürlich kein direkter Nerf von Trade, weil ich gehe zumindest davon aus, dass das Erzeugen des Goldes immer noch den gleichen Wert hat sozusagen. Dazu kommt, wenn immer nur ein Weg zählt und da direkt das Gold erzeugt wird, ist das Risiko wesentlich kleiner. Wenn die Trader mit einem riesigen Haufen Gold in den Taschen auf dem Weg waren und dann kurz vor dem Wegbringen gekillt wurden oder gezwungen wurden, umzudrehen, da mussten die den ganzen Trip nochmal machen und man hat diesen riesen Batzen Gold verloren. Jetzt wird der Batzen halt gar nicht so groß und die Trader geben immer nach einem Weg ihr Gold wieder ab. Das heißt, weniger Gold, aber konstanter. Das führt auch dazu, dass man irgendwie im Late Game dann nicht auf einmal, wenn ein Haufen Trader wieder zu Hause ankommt, auf einmal 3000 Gold auf der Bank hat, sondern dass das alles ein bisschen konstanter ist, dass es ein konstanteres Gold-Einkommen ist. Ist aber vielleicht gleichzeitig sogar ein kleiner Buff für Trade, weil halt das Risiko ein bisschen gesenkt wird. Das sind jetzt erstmal so meine Gedanken dazu. Mal schauen, wie das in Wirklichkeit aussieht. Was ich auf jeden Fall cool finde, ist, dass jetzt der Trade Trick keinen Sinn mehr macht und das musste auch raus. Das war einfach dämlich. Okay. Das hier überspringen wir erstmal. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Unique Options for every Civilization. Und da kommen wir nämlich der Sache näher, weil es gibt jetzt ganz viele einzigartige Sachen für verschiedene Völker. Und das schauen wir uns jetzt noch nicht an, weil jetzt kommen erstmal nochmal allgemeine Änderungen. Aber jetzt wird's schon interessanter, Leute. Erstmal. Scouts. Bisher war es so, dass Scouts immer mit einem Age Up mehr Sicht bekommen haben automatisch. Das ist jetzt nicht mehr so. Dafür kann man ein Upgrade holen im imperialen Zeitalter, was dann nochmal extra die Sicht der Scouts erhöht. Bedeutet, ja, die Scouts behalten halt jetzt einfach immer die gleiche Sichtweite an, wie wenn du ins Spiel startest. Nächste Änderung. Die Tore der Palisaden wurden ein bisschen in Lebenspunkten reduziert von 1500 auf 1250. Finde ich ganz gut. Ihr kennt mich, oder die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich. Ich find's immer gut, wenn Walls genervt werden, weil das einfach ein viel actionreicheres Spiel erzeugt. Ähm, ja, ist aber, glaub ich, jetzt auch wirklich nicht so wahnsinnig ausschlaggebend. Ähm, ja, das sind quasi nochmal ein bisschen Bugfixes, dass die Units sich vernünftig verhalten. Oh, all defensive buildings attack radiuses are now made visible to any player when selected. Das bedeutet, ich kann den Turm von meinem Gegner anklicken und seh dann genau, in welchem Radius der Einheiten angreifen kann und kann deswegen meine Einheiten genau an diesem Radius beiseite legen. Äh, ich kenn das in AOE2, gab's gewisse Mods, die sowas extra hinterlegt haben, damit man da zum Beispiel die Range vom TC genau sehen konnte und sich daran orientieren hatte. Da ist das schon länger ein Ding. Äh, ist jetzt auch möglich. Ich denke, man braucht es nicht. Ist natürlich auch immer interessant, wenn man abpassen muss und schätzen muss, oh, bin ich da schon in Range oder noch nicht? Kann ich da vorbei oder nicht? Ähm, aber sind wir ehrlich, das ist eigentlich, glaube ich, es macht's einfacher, ähm, für Anfänger und wir wissen, glaube ich, alle, dass es wichtig ist, dass Age of Empires 4 zugänglich wird für neue Spieler und, ähm, ja, ich glaub, es ist nix Schlimmes. Ganz ehrlich, ähm, auf Pro-Ebene wussten die Spieler, glaube ich, eh immer sehr gut einzuschätzen, ob sie jetzt in Range sind oder nicht. Ähm, ähm, und jetzt kann man es halt genau einsehen, indem man auf das gegnerische Gebäude klickt. Ähm, lasst mir, äh, generell, lasst mir gerne eure Meinung da, was ihr von den ganzen Änderungen hier haltet. haut's gerne in die Kommentare. Ich bin wirklich, wirklich neugierig darauf, äh, was ihr davon haltet. Und ich bin auch schon wieder ein bisschen aufgeregt, weil, ähm, es geht weiter, Latte. Es geht weiter. Äh, hier gab's noch kleine Änderungen, die uns jetzt aber gerade nicht so richtig interessieren. Ähm, wir haben Wasseränderungen. Und zwar das Upgrade im Castle Age Armored Hill. Das war, hat die Lebenspunkte erhöht aller Militärschiffe, wenn man in Castle Age war. Und das wurde von den Kosten her reduziert. Es hat vorher 200 Nahrung, 500 Gold gekostet. Kostet jetzt noch 150 Nahrung und 350 Gold. Äh, ist ein bisschen schneller fertig. Ich denke, das ist eine gute Sache, weil 500 Gold ist echt wahnsinnig viel. Es gibt kaum Upgrades, das so teuer ist im Castle Age. Und, finde ich eine gute Sache, weil so kann man schneller ausnutzen. Wenn man schneller Castle Age ist als der Gegner, kann man sich das Upgrade vielleicht auch tatsächlich dann leisten. Ich finde es eine gute Sache. Okay, wird auch wahrscheinlich nicht so weltbewegend sein, weil das gilt für alle Völker. Ähm, ja, ein bisschen Pathing geändert und verbessert. Der Rest ist jetzt gerade auch nicht so interessant. Vielleicht das hier noch, Springfield Ships. Also sind quasi die roten Schiffe oder auch Hulks. Ähm, die machen jetzt 10 Damage mehr an Häfen. Das ist halt ganz cool, weil, wenn man Wasserfight gewonnen hat, ist es mittlerweile noch relativ schwierig, dann auch wirklich die Häfen rauszunehmen, weil die Schiffe halt nicht sehr viel Damage an Gebäuden machen. Und das wurde halt jetzt ein bisschen angepasst, dass diese roten Schiffe, äh, 10 Damage mehr machen. Das heißt, mit roten Schiffen kann man jetzt Häfen ein bisschen leichter rausnehmen. muss man aber sehen, äh, am Ende, wie, was das jetzt wirklich für einen großen Unterschied macht. Aber ich glaube schon, dass, dass, dass man das merken wird. Okay, Leute. Tief durchatmen, es geht los. Okay, wir fangen an mit den Abasiten. Let's go. Neue Einheit. Man-at-arm-unit renamed to Gullam. Gullam? Bin mir sicher, wenn man es ausspricht. Okay, passt auf. Diese Angst, dieser Angst ein, oder diese angsteinflößende Kämpfer, ja, haben einen Double-Strike-Attack. Das heißt, die machen, greifen halt so rechts, links an. Ja, ich hab's gut vorgemacht. Ähm. Und sind halt sehr gut damit gegen Unarmored Units. sind aber weniger effektiv gegen gepanzerte Einheiten. Dadurch, dass sie halt jetzt so einen schnellen Doppelangriff machen, wenn die Rüstung halt viel ist, machen die halt nicht so viel Damage, äh, wie wenn Einheiten, die keine Rüstung haben, dann macht man mehr Damage. Ich hoffe, ich hab's erklärt. Ich höre jetzt auf, diese Bewegung zu machen. Ähm. Okay, na, also führt zwei Attacken in einer schnellen Reihenfolge aus. Dafür wurde der Damage etwas reduziert. Geht aber, ne? Von 12 auf 10, von 14 auf 12. Ähm. Das wird jetzt im weiteren Verlauf auch öfter noch so angezeigt. Ähm. Wenn ihr drei Zahlen stehen seht, mit einem Slash dazwischen, bedeutet das Feudal Age, Castle Age und Imperiales Zeitalter. In dem Fall seht ihr nur zwei Zahlen, weil man die Einheit erst im Castle Age bauen kann. Das heißt, die erste Zahl geht für Castle Age, die zweite Zahl zählt für das Imperiale, Imperiale Zeitalter. Okay, also Damage ein bisschen weniger. Ähm. Dafür greifen sie schneller an. Ähm. Ähm. Kosten wurden etwas erhöht von 100 Nahrung und 20 Gold auf 120 Nahrung und 30 Gold. Und die sind schneller geworden und haben deutlich mehr Lebenspunkte. Guckt euch das an. Von 155 auf 195. Das sind wirklich viele Lebenspunkte. Wir haben also eine Einheit, die viele, viele Lebenspunkte hat, schnell läuft und wenig Damage gegen gerüstete Einheiten macht, aber gut Damage gegen ungerüstete Einheiten macht. Für mich klingt das nach einer Einheit, die perfekt ist zum Raiden, oder? Schnell, tanky und macht viel Damage an Dorfbewohnern. Sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben eine komplett neue Einheit. Also, Abaziden haben eine komplett neue Einheit. Äh, bin gespannt, das auszuprobieren. Ähm. Okay, das ist nur irgendwas textmäßig, was geändert wurde. Kamelreiter sind ein bisschen günstiger geworden. Und zwar kosten die 20 Nahrung weniger. Okay, machen wir es nacheinander. Sie haben bisher 180 Nahrung und 60 Gold gekostet. Jetzt kosten sie 160 Nahrung, 30 Gold und 30 Holz. Ja. Ist jetzt auch nicht die größte Änderung aller Zeiten. Ähm. Muss man aus, muss man sehen, was passiert. Äh, Removed Long Firing Delay on Camel Archers. Damage per Second remains the same, but it is now easier to kite and micro the unit. Okay, das ist ganz nice, ne? Also, es steht schon, der Damage bleibt genau gleich pro Sekunde, aber dadurch, dass die jetzt nicht so einen langen Delay haben beim Schießen, ähm, kann man die ein bisschen besser microen. Finde ich gut. Fühlt sich dann einfach besser an, die zu steuern. Ähm, okay, mh, mh, die Entwicklung Camel Rider Shields und Camel Rider Boarding. Okay. Sind ein bisschen günstiger geworden, ein bisschen, äh, schneller zu entwickeln. Oh, okay, äh, sorry, ich muss manchmal selber ein bisschen vorlesen, damit ich verstehe, was da steht. Ähm, das ist ein Upgrade, wieder was das Wasser betrifft, und zwar hat das bisher das Movement Speed von Schiffen um plus 10% erhöht im Castle Age, also ganz ehrlich, relativ irrelevant, aber jetzt gibt's das schon im Feudal Age, es ist günstiger geworden, kostet nur 75 Holz und 125 Gold und erhöht dafür die Lebenspunkte von Militärschiffen um plus 10%. Ist interessant, müsste man mal ausprobieren, wie viel diese 10% wirklich ausmachen. Auf jeden Fall ein Buff auf Wasser. Ich glaub, es ist logisch, das werden wir jetzt gleich auch noch sehen, man erkennt, Abaziden sind halt bisher nicht so die Wassersiv. Ah, dammit, ich hab heute noch gegen den Muslim verloren, der Abaziden auf Wasser gespielt hat. Egal, ähm, Abaziden sind eigentlich nicht so eine starke Wassersiv und man versucht auf die Art und Weise vielleicht denen nochmal ein bisschen Bonus zu geben, sodass sie vielleicht doch interessant auf Wasser werden. Okay, mhm, das ist glaube ich auch nicht wichtig. Okay, Leute, es geht weiter mit den Chinesen. Ähm, Okay, ruhig bleiben. Nest of Bees, ja, wir kennen sie alle, wir fürchten sie alle und das Upgrade, was bisher die Kosten von Nest of Bees reduziert hat, reduziert jetzt nicht mehr die Kosten, aber erhöht jetzt die Angriffe von den Bees, also von den Nest of Bees, von den Bees. Ähm, bisher, ihr kennt ja, Nest of Bees, sind quasi die Feuerwerkskörper, ja, also die schießen immer so ganz viele Angriffe verteilt und machen dadurch Splash Damage und diese einzelnen Schüsse, die man dann immer wild rumfliegen sieht, die werden jetzt nochmal um zwei erhöht pro Volley, das heißt pro Angriff sind das jetzt quasi zwei Angriffe mehr, die fliegen. Äh, ja, das Upgrade reduziert jetzt zwar keine Kosten mehr, aber im Endeffekt habe ich da trotzdem eine Einheit stehen namens Nest of Bees, die jetzt stärker ist als vorher. Die waren echt schon jetzt schon sehr, sehr stark. Wir werden sehen, wir werden sehen, wo das hinausläuft. Ich habe ein bisschen Angst. Äh, Imperial Palace and Spirit Rail landmarks are now taxed Drop-off Locations. Okay, ist jetzt nicht weltbewegendes. Shougenus, wo wir gerade beim Fürchten sind. Also, ich persönlich fürchte mich sowieso von dem, vor Chinesen in AOE4. Ähm, Shougenus sind natürlich ultra stark, ne? Du baust einfach viele L's Shougenus und die zerstören einfach alles. Es ist völlig egal, was denen da vor die, was haben die eigentlich? Das ist keine Armbrust? Wie nennt man das? Egal. Was denen vor das Visier läuft, die zerschießen einfach alles. Kleine Änderung. Bisher haben die 20 Nahrung, 30 Gold, 30 Holz gekostet. Jetzt kosten die 30 Nahrung, 20 Gold, 30, äh, Holz. Also, 10 Gold weniger, dafür 10 Nahrung mehr. Klingt jetzt erstmal, äh, ist doch gar kein Nerf, weil es sind genau die gleichen Ressourcen wie vorher. Ja, aber an das Gold kommt man als Chinese sowieso relativ easy und safe. Nahrung ist immer ein bisschen kritisch, weil man ja eigentlich für Nahrung aus seiner Base raus muss, weil man kann nicht sehr früh schon auf ähm, Felder switchen. Deswegen muss man eigentlich die natürlichen Nahrungsquellen wie Rehe, Beeren und so weiter nutzen. Dadurch, dass die Shogunus jetzt ein bisschen teurer in der Nahrung sind und man halt gerne diese Shogunus einfach durchspamt, muss man jetzt früher auf diese Nahrungsquellen zurückgreifen, weshalb man seine Basis als Chinese vielleicht etwas früher verlassen muss, um auf diese Nahrungsquellen zuzugreifen und in dem Moment ist man halt ein bisschen verwundbarer gegen Raids. Also insofern schon ein kleiner Nerf für Shogunus. Zumindest in meiner Fantasie werden wir sehen, ob das dann auch der Wahrheit entspricht. Okay, äh, Grenadiere hat man schon lange nicht mehr gesehen, deswegen wurden sie auch ein bisschen gebufft. Ähm, Damage wurde erstmal reduziert von 13 auf 10, aber der Damage-Typ wurde geändert von Range to Siege. Das heißt, Grenadiere haben jetzt Siege-Angriff und Siege-Angriff ignoriert Rüstung. Ähm, ja, das heißt, im Endeffekt machen die jetzt mehr Damage gegen normale Einheiten. Äh, Bonus-Damage gegen Gebäude wurde stark reduziert, also Grenadiere zerrupfen jetzt nicht mehr ganz so einfach die Gebäude. Entschuldigung. Okay, Fire Lancer. Fire Lancer wurden auch geändert. Äh, Torch-Damage reduced from, ne, von 36 auf 30. Torch-Damage ist der Angriff, wenn die Fackeln schmeißen, das heißt, gegen Gebäude. Ähm, das ist ziemlich gut, dass das reduziert wurde, weil bisher hat man Fire Lancer eigentlich immer nur gespielt, um Gebäude einzureißen. Ähm, oder im besten Fall Landmarks. Und der Damage wurde jetzt reduziert, dafür wurde aber der normale Angriff erhöht, und zwar von 11 auf 13 im Castle Age und von 13 auf 15 im imperialen Zeitalter. Das finde ich eigentlich eine gute Änderung, weil bisher hat man mit Fire Lancer dann eigentlich nichts gemacht, außer versucht, Gebäude zu snipen und halt geradet. Also, in die Worker, in die Echo rein vom Gegner. Man konnte die aber eigentlich nie in einem richtigen Fight benutzen. Das scheint sich jetzt so ein bisschen zu ändern, oder vielleicht zumindest, die, ähm, Richtung geht da zumindest hin. Ähm, das, äh, steht hier auch in der Developer-Note, wo sich die Entwickler immer ein bisschen erklären, ähm, dass man jetzt vielleicht Fire Lancer dann auch tatsächlich mal in Fights benutzen kann und sie einfach ein bisschen allgemeingültiger werden und nicht nur noch für diese spezifischen Snipes. Okay. Das waren die Chinesen. Leute, anschnallen, Daily. Daily. Okay, vergisst Horseman's, es gibt jetzt Ga, ähm, Gazi, äh, Gazi Rider, Gazi Rider. Ähm, okay, die Kosten wurden erhöht von 100 Nahrung auf 110 Nahrung und von 20 Holz auf 30 Holz. Dafür wurden die Lebenspunkte erhöht von 125 auf 140 im Feudal Age, 155 auf 180 im Castle Age, 180 auf 200 im imperialen Zeitalter. Damage wurde erhöht von 9 auf 13 im Feudal Age, von 11 auf 16 im Castle Age und von 13 auf 19 im imperialen Zeitalter. Außerdem gibt's ein Bonus-Damage gegen Heavy, also gegen gerüstete Einheiten, plus 2, plus 3, plus 4, je nach Zeitalter und sie greifen schneller an. Attack Speed wurde erhöht. Was sehen wir hier? Wir sehen hier eine Kavallerie-Einheit, eine leichte Kavallerie-Einheit quasi, die aber jetzt Bonus-Damage gegen Heavy macht. Das ist erstmal ganz nice und ich glaube, der Hintergrund ist, dass zum Beispiel Deli gegen das Heilige Römische Reich immer ein großes Problem hat, weil sie dann von Man-at-Arms zum Beispiel überrannt werden. Engländer können das auch machen mit Deli und Deli hat da nicht so richtig Antworten drauf. Jetzt haben sie im Feudal Age eine Einheit, die Extra-Damage gegen Heavy macht, also man kann sich gegen Man-at-Arms besser verteidigen. Aber Leute, schaut euch an, wie stark das ist. Also ordentlich Lebenspunkte, 140 Lebenspunkte ist nicht verkehrt im Feudal Age. 13 Damage im Feudal Age plus 2 gegen Armut und die greifen auch noch schneller an. Ich glaube, diese Einheit ist einfach sehr nice. Also die können auch noch gehealt werden, das ist halt Deli. Und ist jetzt nicht mehr so viel teuer. Also 10 mehr Nahrung, 10 mehr Holz, gar nicht mal so viel mehr teurer, aber dafür halt mehr Lebenspunkte, viel mehr Damage und greifen schneller an. Holy Moly. Okay, also die Garzi Raider sind auf jeden Fall am Start. Ansonsten Compile of Defender ist glaube ich uninteressant, ist uninteressant, uninteressant, Elefanten. Ich liebe manche Ausdrücke hier in den Patch Notes von den Entwicklern. While they are as big as boats, Elephants are no longer attacked by dock in place mit Arrows. Also bisher gab's den Bug, dass diese Arrowslits von Häfen, ja, diese Feuerpfeile auf die Schiffe auf die Gegnerchen verschießen, die eigentlich nur Schiffe angreifen sollten, haben durch den Bug auch Elefanten angegriffen. Warum auch immer. Und jetzt schreiben sie halt, ne, auch wenn Elefanten so groß wie Schiffe sind oder so fett wie Schiffe sind, die Heifen greifen die jetzt nicht mehr an. Okay. Ähm, alles klar. Äh, War Elephants beziehungsweise Tower Elephants, da wurde der Elephants, da wurde der Siege Attack ein bisschen verändert. Und zwar haben die vorher einen eigenen Siege-Angriff gehabt plus 100 gegen Gebäude und jetzt ist es ein normaler Angriff plus 45. Okay, sie machen quasi nur einen normalen Angriff und weniger Damage, dafür greifen sie fast doppelt so schnell an. Okay, keine, keine großartigen Änderungen. Ähm, ich guck, dass wir ein bisschen schneller werden, damit das Video nicht zu lang wird. Okay, England. Campfire Ability. Das ist diese Fähigkeit Lagerfeuer, die Longbows bisher machen konnten, äh, wo die sich healen. Komplett neu. Okay, interessiert Longbows gar nicht mehr, ist jetzt eine Fähigkeit von Man at Arms. Braucht man auch nicht mehr entwickeln, sondern Man at Arms haben einfach grundsätzlich diese Möglichkeit, das auszuführen, kostet allerdings 25 Holz. Okay, die Campfires heilen jetzt nicht mehr, sondern sorgen dafür, dass man 30% mehr Sicht oder das Einheiten, die in dem Bereich von diesem Lagerfeuer sind, 30% mehr Sichtweite haben. Und, auch wenn keine Einheiten mehr in der Nähe sind, geben die immer noch eine gewisse Sicht. Können aber zerstört werden von Gegnern. Okay, also ist einfach eine kleine Fähigkeit, kannst mit Man at Arms, kannst du für 25 Holz so ein Lagerfeuer da hinsetzen, dann hast du auf einmal mehr Sichtweite und selbst wenn du weiterläufst, hast du da immer noch ein bisschen Vision. Kann natürlich auf Maps wie Highview ganz interessant sein, wo man halt generell relativ wenig sieht. Also ist halt eine kleine Spielerei, ist nichts Weltbewegendes, aber hey, eigentlich ein ganz cooles Gimmick so. Okay, Villager Hunting Bow ranged increased, äh increased. Okay, das bezieht sich glaube ich nur auf Rehe und Wildschwein, da haben die englischen Villager jetzt ein bisschen mehr Reichweite oder was ist ein bisschen mehr, fast doppelt so viel, aber ist glaube ich relativ egal. Guter Nerf, England sowieso sehr, sehr strong, meiner Meinung nach, äh unter anderem wegen den starken englischen Man at Arms in Castle Age und die Entwicklung, die die Rüstung erhöht von Man at Arms, die man in Castle Age entwickeln kann, kostet jetzt anstatt 100 Nahrung und 250 Gold, 150 Nahrung und 350 Gold. Wurde also teurer gemacht, finde ich sehr gut, weil das Upgrade ist auch sehr stark. Okay, der König wurde ein bisschen gebufft, wahrscheinlich weil ihn kaum jemand gespielt hat, äh der Buff sieht so aus, dass er ein bisschen günstiger ist. Nicht verkehrt, weil der König wurde halt bisher wenig gespielt. Ähm, ja, das war's zu den Engländern. Okay, Franzosen. Ich hatte gerade eben schon bei den Abasiden gesagt, dass die Völker, die vielleicht ein bisschen, oder wo man den Eindruck bisher hatte, dass die selten auf Wasser gespielt wurden, dass die ein paar Zusätze auf Wasser bekommen haben und das gilt auch für die Franzosen, nämlich der Hulk, renamed to War Cock, ähm, die Kosten wurden reduziert. Und zwar haben die vorher 120 Nahrung, 200 Holz und 30 Gold gekostet und kosten jetzt nur noch 85 Nahrung, 200 Holz und 30 Gold. Also die Ressourcen wurden quasi um 10% reduziert, die Kosten, äh, was sich allerdings nur im, in der Nahrung widerspiegelt. Also Franzosen, ja, Franzosen haben jetzt einfach, ähm, Hulks, die, äh, ein Armor mehr haben als normale Hulks und ein bisschen weniger Food kosten. Also Buff für Franzosen. Okay, im imperialen Zeitalter, ach, du Schande, ja, okay, ähm, Trait. Die Entwickler scheinen Trait ja sehr zu mögen. Ich mag ja Trait nicht so, aber gut. Im imperialen Zeitalter können die Franzosen jetzt eine neue Technologie entwickeln und diese Technologie führt dazu, dass aktive Händler ein Gold alle 6 Minuten erzeugen. Ja, warum auch nicht? Bisher ist Trait ja viel zu schwach, also gibt man einfach mal noch eine Entwicklung, die es ermöglicht, dass Händler alle 6 Sekunden noch ein Gold erzeugen. Ich weiß nicht, aber okay, ich will mich jetzt auch nicht zu sehr darauf versteifen, es gibt auch andere Meinungen, es gibt auch genügend Leute, die den Handel gut finden und das alles so richtig finden, dem beuge ich mich auch, jeder soll da seine eigene Einschätzung haben, ich mag den Trade halt einfach nicht, aber gut, es gibt jetzt noch eine Entwicklung, die Frage ist, es kostet halt 500 Gold und das bedeutet für einen Händler, der erzeugt 10 Gold in der Minute, das ist jetzt glaube ich nicht so heftig weltverändernd, aber gerade Franzosen können natürlich theoretisch die Händler auf Nahrung switchen, dass die Nahrung anstatt Gold handeln und dann kriegen sie trotzdem ein Gold alle 6 Sekunden. Also es könnte schon stark sein, aber schwer einzuschätzen. Man braucht auf jeden Fall viele Händler, damit das Sinn macht. Long Guns Technology ist für imperiale Schiffe besser geworden, kostet auch mehr, auch nichts Weltbewegendes. Die französischen Armbruchsschützen, der Name ich niemals ausspreche, haben einen mehr Reichweite, während sie ihre Fähigkeit ausführen, dass sie weniger Damage von Nahkämpfern bekommen. Also sie können ihr Schild so an den Boden rammen und dann kriegen die kaum noch Damage von Nahkämpfern und können dann halt so schießen mit der Entwicklung. Ich glaube, das ist es. Okay, noch ein Text anpassen. Military Academy now increases the production speed of College of Artillery. Ah, okay, man kann also aus dem Imp-Landmark, weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, dann auch schneller Siege produzieren. Okay. Holy Roman Empire, nur wenig Änderung, aber immerhin, es gab eine Entwicklung in der Regnitz-Kathedrale, dass man das inspirierte Worker schneller Gebäude bauen. Es wurde so gut wie nie benutzt und deswegen hat man das jetzt rausgenommen beziehungsweise geändert und es gibt jetzt ein Upgrade, was man sich holen kann. das erhöht nochmal plus 10% Resource Gathering, also macht Worker nochmal 10% effektiver und Construction Speed, also die Zeit, die die brauchen, um Gebäude zu bauen, wird auch nochmal um 25% verbessert. Klingt ziemlich gut. Klingt auf jeden Fall nach einem Upgrade, was man machen kann. Ansonsten wurden Bugs gefixt. Außerdem das Reliquien nicht mehr verschwinden, wenn ein Hafen zerstört wird. Das ist auch nicht schlecht. Okay, das war Holy Warm Empire, nicht so viele Änderungen, aber jetzt kommen die Malier Leute und die Malier sind natürlich auch mega interessant, weil die Malier sind wahrscheinlich momentan so das beste Volk. Unter anderem wegen ihren starken Warrior Scouts und die wurden auch genervt. das interessiert erstmal keinen Warrior Scouts. Okay, also Regnoration reduced von 2 auf anderthalb in Feudal Age und Castle Age. Dafür wurde es erhöht im imperialen Zeitalter. Okay, wir schauen natürlich bei den Warrior Scouts vor allem aufs Feudal Zeitalter, weil da waren die einfach mega stark. Die haben eine heftige Lebensregeneration, die sind ultra schnell, sind quasi nicht tötbar und können die alles auseinander rupfen, deswegen waren Warrior Scouts so stark und das wurde jetzt reduziert, also die Lebensregeneration wurde jetzt von 2 auf 1,5 runter geschraubt im imperialen Zeitalter, wo es erhöht, was ich jetzt auch nicht schlimm finde, weil es geht eigentlich um das Feudal Age, die Warrior Scouts waren vor allem im Feudal Age sehr, sehr stark für die Magier. Außerdem wurde das Movement Speed etwas reduziert, was ich gut finde, weil wie gesagt, das war halt auch sehr, sehr stark von denen und das Veteranen Upgrade, das ist glaube ich das Upgrade, was man im Castle Age machen kann, um die aufzurüsten, ermöglicht plus 100% Bonus Damage gegen Ranged Units, in Castle Age steht es ja sogar, okay, das ist ganz interessant, weil wie gesagt, also das Problem bei den Warrior Scouts war, dass sie im Feudal Age so stark waren, im Castle Age oder im Imp wurden die eigentlich gar nicht mehr so richtig gespielt, man hatte sie jetzt vielleicht noch aus dem Feudal Age über und deswegen habe ich die dann auch geupgradet, aber die haben wirklich nicht mehr so großen Einfluss aufs Spiel gehabt, jetzt könnte man mit denen immerhin noch ganz gut gegen gegnerische Archer Crossbows vorgehen, finde ich nicht verkehrt, wie gesagt, ich finde das jetzt nicht schlimm, dass sie hier an anderer Stelle gebufft werden, während sie hier genurft werden, ich finde das sogar sehr gut, weil sie wurden gezielt an den Stellen jetzt genurft, wo sie bisher auch sehr schwach waren, gestärkt, so dass wenn wir Glück haben, es eine Einheit wird, wie wir sie haben wollen, dass man sie spielen kann, dass sie überall ihren Sinn hat, aber nicht zu stark ist, also finde ich gut, die Änderung, mal gucken, wie es dann in der Realität aussieht. Okay, ähm, Kano Tactics, ich habe keine Ahnung, welche Entwicklung das ist, gebe ich euch ehrlich zu, wurde auf jeden Fall billiger und schneller entwickelt, könnte sein, dass das auch eine Wasserentwicklung ist, würde ins Muster passen, bin mir nicht sicher, tut mir leid. Okay, die Kühe, ja, die Kühe war noch ein Punkt, warum Malier so stark sind, weil Malier erzeugen passives Gold, gehen sowieso sehr heavy auf Gold, das ist halt ihre Besonderheit des Volkes, finde ich jetzt auch nicht so tragisch an sich, die Kombination nur, dass sie aus diesem Gold diese Kühe produziert werden können, die dann eine unfassbar gute Nahrungsquelle ermöglicht haben, die Kombination war halt sehr krass, weil sie konnten eh schon sehr gut und sehr viel auf Gold gehen, das heißt, sie haben eh Gold und zeitgleich können sie dadurch auch noch eine super krasse Nahrungsquelle entwickeln und haben dann halt ganz viel Gold und ganz viel Nahrung, was Malier einfach sehr stark gemacht hat. Okay, es wurde ein bisschen genervt, Kühe werden jetzt, also Villager, Dorfbewohner sammeln jetzt halt langsamer, die Nahrung aus den Kühen raus quasi. Gute Änderung für dich. Gleichzeitig wurde aber gebufft, dass diese Farmen, die man aufbauen kann, wo man die Kühe reinsteckt, die dann passiv Nahrung erzeugen, das wurde jetzt quasi gebufft, weil Entwicklungen, die man entwickeln kann für Nahrungs, generell für Nahrung, wirken jetzt auch auf dieses passive Einkommen. Das heißt, wenn man diese Entwicklung hat, dann ist auch das passive Einkommen stärker in diesen Farmen. Ich glaube, ich habe es gerade nicht gut erklärt, aber ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Okay, imported Armor, oh, auch ganz gutes Ding, der nächste Punkt, warum Malier auch wieder stark waren, waren, weil Sofas sehr, sehr stark waren, das ist die Kavallerie der Malier, einfach sehr effektiv, unter anderem, weil die eine Entwicklung haben, die hier gerade genannt wird und die die Rüstung von denen erhöht, auch im Castle Age. Und dieses Upgrade wurde jetzt teurer gemacht, 50 mehr Nahrung, 100 mehr Gold, finde ich gut, weil das war auch wieder sehr, sehr stark, kostet jetzt mehr, ähnlich wie bei den Managed Arms von den Engländern, top, gefällt mir. Don't know, don't know, ist glaube ich nicht mehr so dramatisch, okay, Mongolen, Leute, ich weiß, ihr sitzt mittlerweile, glaube ich, alle, aber, setzt euch jetzt nochmal hin, Mongolen, Mongol Lancer renamed to Kashyyyk, okay, es gibt wieder eine neue Einheit, Leute, im Feudal Age, das heißt, Mongolen haben quasi Ritter jetzt im Feudal Age, aber, okay, sind ein bisschen billiger geworden, vorher, Ritter halt, wie man sie kennt, die Lancer, 140 Nahrung, 100 Gold, jetzt kosten die nur noch 120 Nahrung und 80 Gold, sind aber schon im Feudal Age zu haben, Damage, Attack wurde reduziert im Feudal Age, von 19 auf 15, in Castle Age von 24 auf 19, von 29 auf 23 im Perialen Zeitalter, Lebenspunkte wurden auch reduziert, aber jetzt geht's los, Leute, jetzt geht's los, Attack Speed ist schneller geworden und diese Einheit heilt sich mit drei Lebenspunkten jedes Mal, wenn sie angreift. Das ist neu im Age of Empires Universum, ich muss sagen, eigentlich gibt's ja immer ganz viele logische Verknüpfungen, warum was ist, ich hab jetzt, vielleicht fehlt mir auch der geschichtliche Hintergrund, um zu begründen, warum diese Ritter sich heilen, während sie angreifen, aber it is what it is, also, Mongolen haben jetzt quasi Ritter im Feudal Age, die ein bisschen weniger kosten, dafür auch schwächer sind und die einzigartige Fähigkeit besitzen, dass sie sich heilen können, während sie angreifen. Ich bin sehr gespannt. Klingt auch irgendwie geil, ich weiß nicht, ich hab auf jeden Fall Bock, das auszuprobieren. Dann gibt's noch extra eine neue Entwicklung im imperiellen Zeitalter, dass man dieses heilen beim Angreifen nochmal um Plus 1 erhöhen kann und den Attack Speed nochmal um 10% erhöhen kann und mit Stein ja, das gleiche, nur stärker wie bei allen anderen Upgrades auch. Okay. Habe ich schon erwähnt, dass die Entwickler, glaube ich, Trader mögen. Na gut. Im imperiellen Zeitalter können die sich jetzt die Mongolen noch ein Upgrade holen, dass im Einflussbereich des YAM Networks Händler heilen. Und zwar einen Lebenspunkt alle 2 Sekunden. Da muss man jetzt dazu sagen, einen Lebenspunkt alle 2 Sekunden in Imp, keine Ahnung, wenn man mit Imp-Einheiten an die Trader rankommt, dann macht's auch keinen großen Unterschied mehr, dass die einen Lebenspunkt alle 2 Sekunden heilen, glaube ich. Also, ich glaube, das hat jetzt keine großen Auswirkungen. Ich weiß jetzt auch nicht, warum wir das unbedingt jetzt auch noch haben müssen, aber ich glaube, ganz ehrlich, dass das jetzt auch nicht ultimativ große Auswirkungen hat. Bugfix, Silvertree wurde nochmal ein bisschen genervt, und zwar Production Speed Bonus wurde von 50 auf 40 Prozent reduziert. Silvertree wurde bis jetzt, also jetzt eigentlich fast nur noch gespielt. Sind wir bei dem Thema, dass Handel gerade im Feudal Age halt auch so stark war. Finde ich gut, dass das jetzt nochmal ein bisschen genervt wurde mit dem Silvertree. Schadet nicht. Ist jetzt auch, glaube ich, nichts weltbewegendes die 10 Prozent. Okay, nochmal eine Änderung, die ich sehr geil finde persönlich. Okay, bisher hatte der Khan Scouting Falcon Ability, nennte sich das, glaube ich, bisher auch. Da konntest du draufdrücken, und dann ist ein Adler hochgeflogen an der Stelle, wo der Khan stand, und der hat dann Vision nochmal gegeben in dem Bereich. Das wurde jetzt aber geändert, und zwar kann man das jetzt aus einer Entfernung machen, das heißt, da wo der Mauszeiger von dem Spieler ist, scheinbar, und der Adler kann jetzt über Bäume drüber gucken. Finde ich jetzt aber von der Logik her ganz geil, weil ich meine, der Khan schickt ja quasi seinen Falken los, um zu scouten. Ich finde, finde ich geil, irgendwie. Ist ja auf jeden Fall ein starker Buff auch, ne, dadurch ist die Fähigkeit sehr viel nützlicher, als sie bisher war. Ja, aber irgendwie geil, finde ich. Wie gesagt, lasst gerne eure Meinung auch da. Interessiert mich, ich bin echt neugierig. Okay, da gab's noch ein paar Änderungen in den Kosten von ein paar Entwicklungen, ist aber, glaube ich, nicht so dramatisch. Gebäude entpacken sich jetzt viel, viel schneller, ne, also bisher hatte man das ja, wenn man Gär benutzt hat, oder halt die anderen Sachen, wenn die von A nach B gefahren sind, dann brauchten die immer ne Weile, bis die sich aufgebaut haben, umstehen. Das hat scheinbar bisher fünf Sekunden gedauert, jetzt dauert es noch eine Sekunde. Das heißt, du fährst dann Gär rüber und plopp, steht das Zelt. Okay. Bugfix, 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 okay. Let's go zu den Osmanen. Das Landmark Twin Minaret Madrasa Landmark, perfekt vorgelesen. Das ist das Mühlenlandmark quasi. Wurde ein bisschen genervt und zwar wurde jetzt der Berry Spawn, also die Bären spawnen jetzt alle 35 Sekunden und nicht 20 Sekunden, aber die Respawn Rate bleibt gleich. Das hat zur Folge, wenn ich mich nicht irre, das Landmark wird fertig und der erste Bärenstrauch spawnt. Bisher hat es dann 20 Sekunden gedauert, bis der zweite Bären spawnt, Bären Busch spawnt, 20 Sekunden bis der dritte spawnt, 20 Sekunden bis der vierte spawnt und diese Büsche haben sich dann alle 120 Sekunden erneuert, wenn sie weg waren. Jetzt baust du das Landmark fertig, der erste Bären Busch spawnt und dann dauert es 35 Sekunden bis der zweite spawnt, 35 Sekunden bis der dritte spawnt, 35 Sekunden bis der vierte spawnt. Danach bleibt aber alles beim Gleichen, dass sich alle 120 Sekunden wieder erneuern. Kleiner Nerf, kann ich nicht einschätzen, wie entscheidend das ist. Okay, Sipahis Leute, jetzt wird es wieder interessant. Sipahis werden jetzt auch zu einer komplett einzigartigen Einheit und zwar Kosten wurden erhöht von 110 Nahrung auf 120 Nahrung von 20 Holz auf 40 Holz. Lebenspunkte wurden erhöht im Feudal Age von 135 auf 160 entsprechend auch in den anderen Zeitaltern. Der Damage wurde erhöht von 9 auf 12 und entsprechend in den anderen Zeitaltern. Die Bewegungsgeschwindigkeit hier steht nur noch Speed, hier steht nicht Movement Speed oder Attack Speed, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Movement Speed oder Attack Speed ist, wurde auf jeden Fall reduziert. Dafür wurde aber die Attack Range massiv erhöht von 0,29 auf 0,75. Das heißt, wir haben quasi jetzt eine Einheit Phalanx-mäßig, die einen mega langen Speer vor sich trägt und deswegen mit Entfernung angreifen kann, ähnlich wie die Speerkämpfer von den Abasiden mit dem Phalanx-Upgrade. Sehr interessant. Wird das dazu, dass die Piles auch aus der zweiten Reihe angreifen können? Ich denke schon. Muss mal schauen, wie stark das ist. Auf jeden Fall auch wieder eine Einzigartigkeit, dass Separis jetzt halt quasi so eine Mini-Range haben, von der sie angreifen. Sehr interessant. Okay, das könnte ein Meme werden. Okay, wir feiern ja die Osmanen für die dicken, fetten Bombarden. Die sind einfach geil, sind wir ehrlich, die sind geil. Jetzt gibt es einfach keinen normalen Can-Emplacements mehr in den Burgen, sondern Great Bombard Emplacements. Das bedeutet, in so einer Burg steht jetzt quasi diese dicke, fette Bombarde und schießt aus der Burg raus auf alle Einheiten. Könnte sehr krass sein. Ist natürlich auch ziemlich teuer, 250 Gold, 400 Stein, 360 Sekunden, aber ich stelle mir das irgendwie witzig vor. Diese riesige fette Bombarde in so einer Burg. Okay, ich bin gespannt. Grand Galley wurde nochmal ein bisschen geändert, aber auch nichts bewegendes, Bugfix. Okay, es wurden die Visierpunkte nochmal erneuert und zwar, nee, es wurden ein paar Visierpunkte geändert, die am wenigsten genutzt wurden quasi. Fieldwork Healing Aura 1, 1, 2, 3 pro Zeitalter, Lebenspunkte pro Zeit, äh, Lebenspunkte pro Second. Ich habe zu viel geredet, es tut mir leid, dass ich gerade ein bisschen Quatsch rede. Also ein Lebenspunkt in der Sekunde im Dark Age, ein, im Fiddle Age, zwei, im Castle Age, drei im Imperialen Zeitalter. Ich bin mir gerade... Okay, es scheint ziemlich underage zu sein, weil ich bin mir gerade noch nicht mal sicher, welches Upgrade das ist. Okay, nehmen wir jetzt erstmal so hin. Dann haben wir noch den Visierpunkt, der, äh, Janitschare spawnen lässt. Bisher war es immer so, dass man pro Militärschule zwei Janitschare bekommen hat. Jetzt bekommt man nochmal zusätzlich zu diesen zwei Janitscharen pro Militärschule nochmal zwei pro Towncenter dazu. Also spawnen quasi mehr Janitschare, je nachdem, was man halt hat mit der Fähigkeit. Kleiner Buff. Tradebacks, das ist interessant. Ich verstehe den Hintergrund, weil das andere Landmark, also das Sultanhani Trade Network wurde sowieso selten gebaut mit den Osmanen. Man kann da Trader quasi lokal in diesem Landmark stationieren, maximal sechs und die haben dann Passivgold erzeugt, war aber nicht sehr viel. Diese Entwicklung, die man hier aber tätigt, erhöht das Goldeinkommen von Händlern um plus 40%, was ziemlich viel ist. Und das wirkt halt jetzt auch auf Händler, die dann in diesem Landmark chillen. Das heißt, eventuell ist dieses Landmark jetzt deutlich stärker geworden, müsste man mal durchrechnen und vielleicht lohnenswert jetzt zu spielen in Kombination mit diesem Visierpunkt, sodass die Händler, die in diesem Landmark stecken, 40% mehr Gold erzeugen. Muss man herausfinden, klingt auf jeden Fall interessant. Okay, der Meta. Lebenspunkte wurden jetzt verändert. Bisher hatte der Meta immer 180 Lebenspunkte. Egal ob Feudal Age, Castle Age, Imperials Zeitalter, völlig egal, der hat immer 180 Lebenspunkte, wurden jetzt aber geändert. 160 in Feudal Age, 180 im Castle, 200 in Imp. Finde ich eine gute Änderung, weil gerade im Feudal Age ist der Meta einfach sehr, sehr stark, hat da jetzt 20 Lebenspunkte weniger, kann also leichter rausgefokust werden, ist, denke ich, eine gute Änderung. Okay, Text geändert, okay, Rest auch nicht mehr so wichtig. So, Leute, jetzt haben wir noch ein Volk vor uns, und zwar die Roos. Roos haben jetzt folgende Änderungen, und zwar die Jagdhütten. Ja, das sind die Jagdhütten, die passives Gold an Wäldern erzeugen, und zwar wurde versucht, das jetzt ein bisschen einfacher zu, äh, oder verständlicher zu machen, weil die sehr kompliziert waren, und kaum einer wusste, wie funktionieren die Dinger überhaupt. Ähm, ich versuche es zu erklären. Bisher war das so, wenn du eine Jagdhütte hier hingebaut hast, dann hat die diesen Radius, ähm, und je nachdem, wie viele Bäume da drin sind, erzeugt die Passivgold. Wenn ich jetzt aber eine Jagdhütte gebaut habe, hierhin, und der Radius überschneidet sich, dann hat das dazu geführt, dass die eine Jagdhütte einfach gar kein Gold mehr erzeugt, weil die in dem Radius drin ist, also geht nicht, gibt kein Gold. Jetzt ist das aber so geändert, dass jetzt diese Jagdhütte die Bäume quasi nicht mehr nutzen kann, wo es diese Überschneidung gibt, sondern nur halt diese Bäume nutzen kann, wo es keine Überschneidung gibt. Finde ich eine gute Sache. Das heißt, theoretisch kannst du halt Jagdhütten alle nebeneinander bauen, die erzeugen dann halt nicht viel Gold, weil jeder Baum quasi nur bei einer Jagdhütte unterkommt und da genutzt werden kann für das passive Goldeinkommen. Man kann aber jetzt nicht aus Versehen sein komplettes Einkommen aus der Jagdhütte löschen, weil man das zu nah an eine andere Jagdhütte baut. Finde ich eine gute Änderung. Dann gab es jetzt noch die Rechnung mit dem Bounty. Desto mehr Bounty du hattest, desto schneller war der Intervall, in den Jagdhütten Gold erzeugen. Also bisher war es halt so, dass wenn du unter 250 Bounty warst, dann hat diese Jagdhütte einfach alle 30 Sekunden Gold erzeugt. Wenn du die 250 Bounty erreicht hast, hat die Jagdhütte alle 27, ich glaube es waren 27 Sekunden Gold erzeugt. Also 3 Sekunden kürzer quasi. Dass es jetzt geändert wurden, 30 Sekunden ist Standard, jede Jagdhütte erzeugt alle 30 Sekunden ihr Gold. Aber je nachdem wie viel Bounty du hast, kriegst du einen Bonus auf das Gold und das sehen wir hier. Feudal Age, ach Quatsch, ähm, ne. Okay, wenn du Bounty hast, 10%, wenn du über 250 hast, 25%, wenn du über 500 hast, 65% Bonus. So hab ich's zumindest verstanden. Korrigiert mich, falls ich's falsch verstanden haben sollte. Ähm, außerdem gibt's ein Cap, das heißt, damit du nicht die ganze Map mit Jagdhütten zuflastert und 3 Millionen Gold Income hast passiv, gibt's ein Cap, das heißt, bei so und so viel Gold ist Schluss, wenn du jetzt mehr Jagdhütten baust, ist egal, du bleibst bei diesem Cap an passivem Gold Einkommen durch die Jagdhütten. Wenn du 0 Bounty hast, ist das Bounty bei 300 Gold gecappt und wenn du es schaffst, über 500 Bounty zu kommen, dann ist der Cap erst bei 500 Gold in der Minute. Das ist schon eine Menge. Also wenn man 500 Gold nur mit Jagdhütten erzeugt, ist das schon sehr, sehr viel. Das Coole ist, das Landmark, das Handelshaus, das zählt jetzt nicht mehr rein mit in den Cap. Das bedeutet, es betrifft wirklich nur die Jagdhütten, dafür gibt's diesen Cap und das Handelshaus, es heißt glaube ich Handelshaus, oder? Oh, mit dem Namen, aber das Landmark, auf jeden Fall das Carstage Landmark, das zählt da nicht mit rein. Ich hoffe, das war verständlich erklärt. Ansonsten gab's eine kleine Designänderung, Knights haben jetzt keine Säbel mehr, sondern Pole Axes, also irgendwelche Äxte, ähm, ändert nichts am Damage und so, ist jetzt einfach nur, dass sie eine andere Waffe in der Hand haben, wahrscheinlich irgendwie historisch getreuer oder so, könnte ich mir vorstellen, not sure. Ähm, dann gibt es jetzt noch eine interessante Änderung für die Horse Archer. Und zwar Mounted Precision wurde, ähm, komplett neu aufgesetzt, diese Entwicklung und jetzt ermöglicht diese Entwicklung einen Galopp auszuführen mit den Horse Archern, der für 8 Sekunden den Movement Speed auf Maximum erhöht und die Range um Plus 2 erhöht. Fragt mich jetzt bitte nicht, was das Maximum Movement Speed ist. Ich hab keine Ahnung, ich hab noch nie was von einem Maximum Movement Speed gelesen. Das klingt erstmal sehr schnell. Äh, okay, für 8 Sekunden können die auf jeden Fall jetzt den Galopp zünden, wahrscheinlich super schnell rennen und haben Plus 2 Range. Sehr interessant, klingt auf jeden Fall nach einer Fähigkeit, die Spaß bedeuten könnte. Äh, logischerweise vor allem für Raids ganz nice. Ich bin sehr gespannt. Okay, Straitsies wurden etwas geändert. Erstmal der Nahkampf Damage wurde um 10 erhöht für Straitsies. Schießen natürlich normalerweise, äh, aber wenn die Gegner dann ganz nah bei denen sind, wechseln die in Nahkampfmodus. Eigentlich auch eine ganz coole Mechanik, der Nahkampfmodus wurde auf jeden Fall erhöht. No longer has a Double-Time Ability. Ich bin mir gar nicht sicher, was hier Double-Time Ability ist, es tut mir leid. Okay, auf jeden Fall wollten sie nochmal unterscheiden zwischen Horse Archer und Straitsie. Horse Archer sind schwächer, aber dafür mobiler und Straitsie sind langsam und dafür stark. Okay, müssen wir uns nochmal in Ruhe angucken, was das in der Realität bedeutet. Castle Watch Technologie wurde nochmal ein bisschen billiger gemacht, um schneller zu entwickeln. Okay, Leute, damit sind wir jetzt erstmal durch. Es hat eine Weile gedauert. Lasst mich gerne, gerne, gerne wissen, was ihr von diesem Patch Notes haltet. Also es ist wirklich insane. Ich weiß, es war jetzt auch ein langes Video. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Gerne, gerne liken und abonnieren, falls ihr Bock drauf habt, würde ich mich sehr freuen. Schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei, wo wir jetzt wahrscheinlich in diesem Moment, wo du das Video gerade siehst, vielleicht auch nicht, live bin. Und vor allem haut gerne in die Kommentare rein, was ihr meint. Was hat euch umgehauen? Was findet ihr? Ist kompletter Quatsch? Was ist cool? Ich bin noch ein bisschen geflasht. Ich habe das jetzt ganz frisch gemacht, das Video, als ich quasi die Patch Notes gesehen habe. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was uns erwartet und wie sich das dann ingame anfühlen wird. Es gibt eine Menge Neuheiten. Es gibt einen neuen, außerhalb jetzt vom Balancing, es gibt ja auch noch einen neuen Spielmodus. Es gibt, die Grafik wurde nochmal ein bisschen angepasst geändert, das Menü wurde aufgearbeitet und, 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 und. Und natürlich die heftigen Balance-Änderungen mit neuen Units, die teilweise alles verändern. Vielleicht nochmal kurz, als Fazit lässt sich fast festhalten, dass die Völker jetzt in Age of Empires 4 noch mehr spezifischer werden. Also es ist schon ein Unterschied zwischen AOE 2 oder zu AOE 2, wo ja alles eigentlich sehr, sehr ähnlich ist zwischen den Völkern. AOE 4 differenziert sich jetzt nochmal etwas krasser zwischen diesen Völkern, was ich eigentlich sehr geil finde. Das macht natürlich auch Lust auf vielleicht nochmal das eine oder andere neue Volk, was reinkommen könnte. Ich bin sehr gespannt. Also Leute, was haltet ihr von den Patch Notes? Ich muss sagen, insgesamt finde ich es geil. Es wurden gute Sachen genervt. Es wurden ein paar Sachen nicht so genervt, wie ich es gerne hätte. Trade. Aber ich habe richtig Bock, das auszuprobieren. Ich hoffe, es geht ganz, ganz vielen anderen Spielern auch so. Age of Empires 4 ist ein geiles Game und ich freue mich auf diese Änderung und bin gespannt, was uns das erwartet. Dazu wird es sicherlich demnächst auch neuen, coolen Content geben. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.